Das schaut mega pervers aus. Ich bin aufgespießt an irgendein Messer, was in seinem Schritt steckt. Was geht, Abilite? Zeus hier. Zu einer weiteren, überdimensional geilen Folge von Happy Wheels. Und wir legen los mit Browns Levels. Wo sind wir stehen geblieben? Zeus hat 3D. Geil. Von Jonas. Hey, Zeus und andere. Heute mal ein kleine, ein keine stundenlange reden von, von mir. Also viel Spaß und bewert nicht vergessen. Gute Einstellungen. Gute Einstellungen. Als YouTuber labert man auch mal viel zu viel Bullshit. Okay. Wow, geil. Das ist ja voll 3D hier. Richtig Hammer. Wir fahren mal voran. Oh, Abrissbirne. Ja. Abrissbirne. Wir machen nochmal. Hä? Was hätte ich machen müssen? Hätte ich langsam mal fahren müssen, oder wie? Ich fahr mal ein bisschen langsamer. Wie soll ich das schaffen, Mann, wenn ihr nicht mehr zurückkommt? Ich geb' mal Vollgas. Verdammt. Okay, ich geb' mal Vollgas jetzt. Schneller. 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 Ja. Geschafft. Harpune. Scheiße. Geschafft. Stacheln. Geschafft. Geschafft. Äh. Chatpacks. Nicht geschafft. Glasblock. Geschafft. Und. Fertig. Yuuu. Das war ja mal mega schwer. CO2 Reupload. Das ist mein Reupload von einem Level für dich. Von mir. Okay. Ich bin mal gespannt. Darkray. Was du jetzt nun verändert hast. Hey CO, ich hab ein Level gemacht. Das ist einfach ein Reupload. Aber ansonsten. Nichts Neues, oder was? Okay. Ähm. Okay. Springt CO. Okay. Moment. Ich probier's mal. Okay. Leute. Ich probier's mal. Und. Yes. Springt CO. Ich probier's mal. Vollgas. Frontflip. Ja. Geschafft. Was war noch? Gefällig. Aua. Au. Aber ich lebe noch. Jetzt lebe ich gleich nicht mehr. Wow. Alter. Weg da. Aus dem Weg. Ich hab nicht gelesen, dass da stand. Jetzt bin ich aber tot. Meine fremde Männer. Timis Mutternamen. Der fremde Männer. Der Timis Mutternamen. Der fremde Männer. Der Timis Mutternamen. Was ist hier eigentlich los? Das schaut mega pervers aus. Ich bin aufgespießt an irgendein Messer, was in seinem Schritt steckt. Oh mein Fuß. Oh mein Fuß. Oh mein Fuß. Oh mein Fuß. We upload war lustig. Aber wir spielen jetzt noch einmal. Hey Zeo. Ich hab mal was. Versucht. Wer wird Millionär. Da geteilt. Geteilt. Nachzubauen. Weitere Texte im Level. Viel Spaß und viel Glück. Wow. Die Beratung ist ja unglaublich gut. Der Levelbauer heißt er. Ich bin mal gespannt was da kommt jetzt. Wenn die Beratung so gut ist. Herzlich Willkommen zu einem Wer wird Millionär. Zu meinem Wer wird Millionär. Viel Spaß und Glück. Spiel dieses Level nur einmal. Stell dir vor du würdest in der Sendung sein und entscheidest so wie du es dort entscheiden würdest. Falls du nicht weißt was Wer wird Millionär ist. Es funktioniert. Die Regeln 15 Fragen. Die werden immer schwieriger werden. Klar. Jede Antwortmöglichkeiten. Logisch. Drei oder vier Joker kommt auf die Variante an die man beliebig verteilen kann. Pulgons Joker. Klar. 5050 Joker. Telefon Joker. Den Zusatz Joker gibt es in der Risikovariante. Es gibt in der Meinung freiwilligen Publikum wieder die Antwort zu erkennen. Aha. Gut. Zum Telefon Joker. Alter Spiel das ist hart. Du kannst nun weißt. Ich weißt was wir zocken es ganz schön viel. Wir zocken es einfach mal. Ähm. Ganz immer. Immer Steuerung drücken. Okay mach ich. Ähm. Wir nehmen einfach mal die. Die normale. Die. Absicherung des Geldes. Wir nehmen mal die normale Variante oder? Oh. Das war schon mal nicht schlecht. Egal. So viel zur Steuerung drücken. 50. 50 Euro Frage. Wenn das Wetter gut ist wird der Bauer bestimmt den Eber, das Ferkel und die Sau rauslassen. Die Nacht durchziehen. Ich tu mal einen drauf machen. In die Kacke hauen. Ich würde immer sagen die Sau rauslassen oder? Das würde doch am meisten Sinn machen oder? Kann man jetzt hier so. Achso ich muss jetzt. Ich verstehe nicht ganz wie ich das jetzt einlocken kann. Joker ist ja drüben oder was? Aha. Okay. Aber wie kann ich jetzt sagen nein ich will da runter mit Steuerung oder? Äh. Das funktioniert ja gar nicht. Telefonjoker. Hm? Genau. Richtig. Geiler Scheiß. Äh. 100 Euro Frage. Was ist meistens ziemlich viel? Was ist meist ziemlich viel? Stolze Summe. Stolze Summe. Selbstbewusst. Selbstbewusste Differenz. Arrogante Quoten. Hochmutiges Produkt. Geld nehmen und aufhören. Äh. Ich wollte aber nicht. Ich wollte es nicht beenden gell. Nein wollte ich gar nicht. Ich wollte nur hochkommen. Okay. Ich habe es verkackt. 0 Euro Gewinn. Nein. Also was war es gewesen? Ich habe die Frage nicht mal kapiert. Stolze Summe. Was ist meistens ziemlich viel? Stolze Summe. Noch nie gehört. Was soll es überhaupt sein? Für mich ist das nicht mal ein deutscher Satz. Egal. Okay Leute. Dann würde ich sagen. Was ist mit diesem Video? Wahrscheinlich bin ich gerade irgendwie der größte Idiot. Aber ich habe es noch nie gehört. Ganz ehrlich. Was ist meistens ziemlich viel? Sagt mir nichts. Ähm. Dann würde ich sagen. Viel Spaß noch auf Youtube. Eine geile Zeit. Lass mir einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Happy Bias. Bis dann noch viel Spaß. Hier auf Youtube. Hab ich schon gesagt gell. Tschau.